So Leute, willkommen in eine neue Folge in Belletitio und mit den Workshop Brothers Jahr wir sind der Wettbewerb mit dem Motivieren uns richten, Entschuldigung sorry, sorry, sorry ich bin hier mit dem Royal Mando, Rolte zu wundern da morgen kommen ich habe jetzt gerade heute Montag hat meine Aufgaben fällig gemacht und und äh nicht mehr achtet äh, es muss ein schnelles Display also was are you doing man? tell me please woah woah stop this shit please neep aufgaben waren fällig gemacht und äh, ich weiß es gibt es eigentlich gar nicht, aber trotzdem und dann habe ich mir gesagt, ja jetzt machst du ein Display, jetzt hast du Zeit dafür also mache ich jetzt gerade ein Display und weil ich doch so schön gefragt wurde, ob ich nicht da mal was anderes mehr spielen kann, spiele ich jetzt mal ohne Mando, lange nicht gemacht, also muss man der Mando ran gucken, ich weiß es gerade gar nicht, bis jetzt einfach so, dass ich selber auf den Netz gerade mal einfach so gedroint bin, ich weiß nicht, was hier so für Action abgeht aber gut, alles, alles senkrecht bei mir ich habe meine Pellifatz äh Pellifatz, Gertz Greatest, Übergreatest und mein Depper, Piss, Kicks, Superpoppa, ne Papa, nochmal Papa Booyah, Inyo Fies ja genau, so ist es aus Level sogar nicht einigermaßen an meinen angepasst, ich bin noch 22, deswegen sind zu die, mein Team ist eigentlich relativ identisch vom Level her, also finde ich das schon mal ganz okay, weil sie nicht wieder andere Team aussehen, ich habe nicht mehr auf das Level achte von denen, aber die sind trotzdem nicht ganz so gut, die Gegner deswegen, hm, aber gut, alles, alles im jungen Bereich, ne Dude, was geht bei denen schief oh oh mein Gott, ich kann nicht mehr im Moment, hohoho daumen no ah, ich hätte fast gehabt das ist schade na, man ist mein Dings, er müssen sie gar nicht so gut hier, mein Snapheim ich habe, wo ich lange nicht gesniped ach, ok, da hat er mich geholt ich hätte mich, wenn ich nicht hochschießen sollen, das war vielleicht ein bisschen naiv von mir aber trotzdem, ich hatte einfach Lust drauf ja, genau so, mein erster Tod gerade die Runde schon fast wieder vorbei also fast die Hälfte jetzt umgegangen, aber trotzdem aber ich mag diesen, ich mag diesen Schnee nicht, das ist so das bindert vor die Sicht, das ist, ne seht ihr habt ihr habt ihr gesehen, das war einfach, man konnte nichts mehr erkennen auf einmal das ist einfach nur blöde gewesen alter von wo ich habe von irgendwo angegriffen wo ne, der war es aber nicht der, der war das nicht ne, ne was lol Hacker oh mein Gott ein dicker Hacker das war jetzt mal ein dicker Hacker habt ihr gerade gesehen, ich war ein Stealth und er geht einfach ich hatte vorhin schon das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen stranger mit dem Typen aber wenn es nochmal vorkommt, dann wisst ihr selbst, ne dann wisst ihr es kann gerade auch sein, dass ich irgendwie noch was andere hatte, dass er mich gesehen hat, aber ich glaube, das war ein Hacker ne, 100% nicht sicher, aber doch zu zu, zu, was weiß ich so, zu 70% bin ich sicher wow, wow, wow immer diese Knife Kumpan ähm ach shit ne, ne, die konnte ich nicht mehr holen äh, nein, nicht genannt nooo, I just died I just died I just died oh, oh, leck mich am Arsch leck mich am Arsch ist der Typ Loh leck mich hat das gesehen der war ja mal todeslow jesus naja, egal passt schon hat aber Spaß, man eigentlich machen das noch eine Runde, weil jetzt relativ schnell umging und ich auch eigentlich gar nicht wirklich so drinne bin und ich werde eigentlich noch noch schöner Runde spielen nicht nicht schenkt und bietet t 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 die Gegner da sind da sind Okay, now. Yay! Gotcha! Yay! Gotcha! Ooh. Oh, chant, was ich meine, na, komm danach! Das allerdings schon. Tapptapp, dirapptapp, dirapptapp. Na, ey, ein Ei umsonst verschwendet. Das wäre cool geworden, aber nee, sollte nicht. Sollte nicht. und nur die überlebt um die Pro so Pro wie so Pro nicht mehr hier hin und machen eine Bandage hier war sicherer Ackermann geben so langweilig so langweilig wenn wir nur Kämpfer und die ganze Zeit nur die Plains abfangen ab der Wäsche tot ja ich glaube ich mache mir mal weg auf dem Weg von mir also weg von mir um denn wenn ich nicht weggehen dann sterben die Pferde und dann da kommt es gleich zu einem Gleichgewicht natürlich super uns wieder weg jetzt ist wieder weg ja so ein bisschen langweilig leute ich leid aber da kann ich nichts über das sind er das aber ist er hat es o unruhung mit m auch betont neun meint man das er tut da macht ich will mit dort mach ich ihn einen neuen nennen ähnlich aber trotzdem bei dieser Glück wenn ich sage vielleicht nicht gut er musste gut fliegen Nähe der Schwinger oder aber ich wusste es du Drecksaktor ich wusste dass das tun wird mit Warnis Silvers von Klo Prozent Prozent und da hinten ernsthaft der Welt der Welt gut sind dann war der Wunder Die Rache des Royal Knipser One. Aber sowas von gegeben. Da kam meine, meine, meine Sniper Skills wieder raus. Die nicht vorhanden sind. Wey. Wey. Okay, Leute, ich hab gesehen, ich hab mich in Stails angegriffen. Dieser Shit-Hacker. No, ah, schnell, Deckung. Ah, ich will Deckung. Ah, er kommt. Er kommt. Scheiß-Hacker. Ich hasse es, wenn Leute hacken, es ist einfach behindert. Mann, dieser blöde Hacken aufhören. Stop. Hacking. Hacking-Dude. Alter, das gibt's noch nicht. Ich hasse es. Ich hasse Hacker. Ich hasse sie wirklich. Nein! Oh, ich dachte, ich hätte ihn so sicher. Ich war so selbstbewusst, wirklich, ich hab grad, ich krieg die locker. Meine Fresse. Aber wirklich, guck mal, wenn man Mando spielt, ist das, sind Hacker wirklich das. Man denkt so, oh, Stails, mich findet keiner und dann tut, 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 tut. Ja, super. Ich mein, als Gander oder sowas, mit Friendsify reißen, man ging solche Leute dann wirklich was raus. Aber, Mando, die sowieso schon wenig Leben haben, bitte. Bitte, Jungs, bitte. Ja, wer heißt der, Dude? Da. Ist er das? Ja, sein Name sagt schon alles. Bild erstellt damit. Alter, hör doch auf damit! Hör doch auf! Ich reporte dich. Stirb. Ja! Gestorben. Verdient, dass er das. Sowas von verdient. La, 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 la. so gut das waren zwei runden das ist super das hat erreicht für euch die scoreboard zeigen und dann später eine runde gar nicht drauf jetzt schreibt man die kommentare als nächstes sehen wollt ich will muss euch mal wissen damit ich das wissen also mit der spiel sollen wer auch euren wünschen entsprechen 16 3 und das der blöde hacker für den hacker ist das echt schlecht wir sind in der nächsten folge wieder das heißt bergstoffbrothers haut rein leute eine schöne woche wir sehen uns in die tage bis denn dann tschü tschü